So, jetzt können wir unser Versprechen einlösen, dass wir unsere Hunde auch mal vorstellen. Hier im Vordergrund ist unser Bolle. Der wird am 11.05. sieben Jahre alt. Und da ist unser Jülchen, unser Mädchen, Jule. Die wird am 6.06.19. Ja, das sind die kleinen Racker, für die ich, wie in dem vorherigen Video, die Hundebox in die Garage gebaut habe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.